In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man den Winkel zwischen zwei Vektoren bestimmt, beziehungsweise bei welcher Art von Aufgaben man das Ganze anwenden kann. Wir haben also zwei Vektoren, Vektor A und Vektor B. Und wir interessieren uns für den Winkel zwischen dieser zwei Vektoren, das ist in diesem Fall dieser Winkel Alpha. Dafür braucht man natürlich eine Formel. Für den Fall, dass den einen oder anderen von euch die Formel nicht so bekannt ist, schauen wir uns noch kurz den Aufbau an. Wenn wir den Zähler betrachten, da steht Vektor A mal Vektor B, also das ist ja das Skalarprodukt zwischen dieser zwei Vektoren, und der Nenner, da steht Betrag von A mal Betrag von B. Die Beträge stehen natürlich für die Längen dieser Vektoren. Dieses Skalarprodukt im Zähler hat allerdings noch eine praktische Bedeutung, also dieses Vektor A mal Vektor B. Das hilft uns sofort herauszufinden, welche Art von Winkel wir eigentlich erwarten. Also, grundsätzlich gibt es drei Arten von Winkel, die uns interessieren. Spitz, rechter Winkel und stumpfer Winkel. Und wenn das Skalarprodukt zwischen dieser zwei Vektoren positiv ist, also das Ergebnis von Skalarprodukt positiv ist, dann können wir mit Sicherheit sagen, dass wir immer einen spitzer Winkel haben. Das bedeutet, wie rechts abgebildet, ein Winkel zwischen 0 und 90 Grad. Im zweiten Fall, wenn das Skalarprodukt 0 ist, dann haben wir natürlich einen rechten Winkel. Und wenn das Skalarprodukt negativ ist, dann erwarten wir einen stumpfen Winkel, also einen Winkel zwischen 90 und 180 Grad. Wie man diese Formel verwendet, werden wir gleich anhand eines einfachen Beispiels sehen. Wir haben also zwei Vektoren, A und B, und wir sollen den Winkel dazwischen ausrechnen. Zur Erinnerung, hier nochmal die Formel abgebildet. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Formel zu verwenden. Entweder man setzt alles auf einmal in die Formel ein, da muss man nur aufpassen, dass man sie nicht verrechnet, oder man rechnet getrennt Zähler und Nenner aus und setzt am Ende in die Formel ein. Ich würde die zweite Variante bevorzugen, damit keiner hier die Übersicht verliert für den Anfang. Also als allererstes wollen wir den Zähler ausrechnen. Das bedeutet, wir brauchen einfach nur diesen Skalarprodukt zwischen den Vektoren A und B. Und wenn ich das Ganze noch ausführlich hinschreibe, dann haben wir minus 11, 4 und 1, mal entsprechend 2, 2 und 3. Okay, dann rechnen wir diesen Skalarprodukt aus, haben wir minus 22, dann 4 mal 2 sind 8, also plus 8 und 1 mal 3 sind 3, plus 3. Also haben wir am Ende minus 11 raus. Übrigens, weil Skalarprodukt negativ ist, können wir jetzt schon mit Sicherheit sagen, dass unser Winkel stumpf sein wird. Also wir erwarten jetzt als Ergebnis einen Winkel zwischen 90 und 180 Grad. Gut, als nächstes brauchen wir die Längen dieser Vektoren. Ich nehme zuerst Vektor A und die Länge wird mit dieser Wurzel hier ausgerechnet. Entsprechend haben wir dann 11 hoch 2. Das Minuszeichen könnte die Weglassen verschwinden sowieso wegen der hoch 2. Plus 4 hoch 2 und plus 1 hoch 2. Und wenn man das Ganze zusammenfassen tut, dann kommt da Wurzel aus 138 raus. Und die Länge des Vektors B ist dann Wurzel aus 2 ins Quadrat plus 2 ins Quadrat plus 3 ins Quadrat. Und zusammengefasst sind das natürlich Wurzel 17. Kleiner Hinweis an dieser Stelle. Es lohnt sich eigentlich nicht, hier mit dem Taschenrechner eine Dezimalzahl auszurechnen. Es kann sein, dass ihr dadurch danach am Ende beim Ergebnis falsche Stellen nach der Komma habt. Deshalb lasst die Ergebnisse so auf diese Weise. Der Taschenrechner macht das schon am Ende. Gut, jetzt sind wir soweit, dass wir in die Formel einsetzen. Also haben wir dann Cosinus von Alpha ist gleich minus 11 durch Wurzel 138 mal Wurzel 17. Gut, und jetzt theoretisch könnten wir alles in den Taschenrechner eintippen. Die Funktion, die ihr sucht im Taschenrechner oder die ihr braucht, ist Cosinus hoch minus 1 oder Arc Cosinus nennt man das auch. Und ihr tippt einfach Cosinus hoch minus 1 zusammen mit diesem Bruch hier und dann kommt schon der richtige Winkel. Aber aufpassen an dieser Stelle, der Taschenrechner muss unbedingt auf Gradmaß umgestellt sein oder beim englischen Taschenrechner Degree heißt das. Sonst kriegt ihr eine seltsame Dezimalzahl raus. Also, ich habe das jetzt auch gemacht. Ich habe das Ganze in den Taschenrechner eingetippt und ich habe dann entsprechend einen Winkel von 103,1 Grad raus. Also wie erwartet, ein stumpfer Winkel. Für den Fall, dass ihr das Gefühl habt, dass es ein recht einfaches Thema ist, da stimme ich auch absolut zu. Allerdings gibt es noch ein paar Fallen, die bei den anwendungsorientierten Aufgaben auftauchen können. Und die wollen wir uns jetzt auch kurz anschauen. Und hier ist die erste Aufgabe. Die Punkte A, B und C sind die Eckpunkte eines Dreiecks. Berechnen Sie die Innenwinkel des Dreiecks. Es ist natürlich nicht verkehrt, wenn man sich das Ganze als Planskizze vorstellt. Übrigens, die Punkte in einem dreidimensionalen Koordinatensystem einzutragen, wäre nicht unbedingt notwendig. Deshalb vereinfacht, wir haben hier drei Punkte, A, B und C und das sind die Eckpunkte dieses Dreiecks. Wir fangen natürlich an mit dem ersten Winkel. Alpha, gut erkennbar glaube ich, das wird eingeschlossen von zwei Vektoren, A, B und A, C. Und dann brauchen wir noch Beta und Gamma. Kleiner Hinweis, wir müssen nicht alle drei Winkel ausführlich ausrechnen. Es reicht absolut aus, wenn wir Alpha und Beta beispielsweise ausrechnen und dann über die Winkelsumme Gamma rausfinden. Zur Erinnerung, hier nochmal die Formel abgebildet. Und los geht's. Also, um Alpha zu bestimmen, brauchen wir die zwei Vektoren A, B und A, C. Und die stellen wir jetzt auch an dieser Stelle auf. Also, Vektor A, B bedeutet nichts anderes als B minus A. Das rechne ich auch gleich aus. 7 minus 1 sind entsprechend 6. 4 minus 1 sind 3. Und 7 minus 1 ist wieder 6. Dann brauche ich noch den Vektor A, C. Heißt C minus A. Entsprechend haben wir dann 5 minus 1 sind 4. 6 minus 1 sind 5. Und minus 1 minus 1 sind natürlich minus 2. Gut, um die Formel zu verwenden, erstmal diesen Skalarprodukt ausrechnen. Heißt, A, B mal A, C bestimmen. Geht ja schnell. 6, 3, 6 mal 4, 5 und minus 2. Das können wir in dem Problem los ausrechnen. Also, 6 mal 4 sind 24 plus 15 und minus 12. Rauskommen tut natürlich 27. Dann brauchen wir noch die Längen dieser zwei Vektoren. Diese beiden Vektoren haben wir Betrag von A, B. A, C ist dann Wurzel aus 6 ins Quadrat plus 3 ins Quadrat plus 6 ins Quadrat. Sind in diesem Fall Wurzel aus 81 und Wurzel aus 81 ist natürlich 9. Und Betrag oder Länge von A, C ist dann Wurzel aus 4 ins Quadrat plus 5 ins Quadrat plus 2 ins Quadrat. Wie gesagt, das Minuszeichen kann man weglassen wegen der Hoch 2. Wenn man das zusammenfassend tut, dann kommt ja Wurzel aus 45 raus. Entsprechend können wir jetzt in unserer Formel einsetzen. Und dann haben wir Cosinus von Alpha ist dann 27 durch 9 mal Wurzel 45. Wenn ich das Ganze wieder mit Cosinus hoch minus 1 in den Taschenrechner eintippe, kriege ich für Alpha einen Winkel von 63,4 Grad raus. Also, erster Winkel wäre schon da. Bei der Berechnung des Winkels Beta muss man allerdings ein bisschen mehr aufpassen. Ich fange mal an mit dem, was man eigentlich hier falsch machen könnte. Und zwar, man hat ja schon diesen Vektor AB und man kann ja denken, okay, wir brauchen noch BC, damit ist die Sache schon erledigt. Muss man allerdings hier an der Stelle ein bisschen aufpassen. Wenn man zum Beispiel jetzt den Vektor AB nimmt, dann geht man praktisch in diese Richtung hier. Und mit BC geht man, also man hat diese Richtung hier, und mit BC geht man diese Richtung. Wenn man jetzt die zwei Vektoren verwendet, AB und BC, wird man nicht Beta rauskriegen, sondern den Nebenwinkel hier. Und den brauchen wir nicht. Also, wir suchen die Innenwinkel dieses Dreiecks. Das bedeutet, wir müssen auch die Vektoren richtig wählen. Also, statt AB muss man hier den Vektor BA nehmen. Kurz gesagt, ihr müsst ja immer aufpassen, dass ihr praktisch von der Spitze des Winkels weggeht mit den Vektoren. Also, entsprechend brauchen wir dann hier die Vektoren BA und BC. Okay, BA ist ja kein Problem, das ist ja einfach nur der Gegenvektor von AB. Den schreibe ich jetzt nochmal kurz hin. Also, wir drehen einfach bei AB nur die Vorzeichen um. Entsprechend haben wir dann minus 6, minus 3 und wieder minus 6. Und BC kann man noch ausrechnen. Die Punkte haben wir ja oben, ist entsprechend C minus B. Also, wenn ich oben schaue jetzt, 5 minus 7 sind entsprechend minus 2. Dann 6 minus 4 sind 2. Und minus 1 minus 7 sind entsprechend minus 8. Gut, die Länge von BA muss man nicht mehr ausrechnen. Natürlich ist BA genauso lang wie AB. Deshalb schreibe ich einfach nur abgekürzt hier 9. Allerdings, die Länge von BC wird noch benötigt. Das können wir auch schnell hier leicht bewältigen. Also, wir haben dann 2 ins Quadrat plus 2 ins Quadrat plus 8 ins Quadrat. Und wenn man das Ganze zusammenfassen tut, hat man an dieser Stelle einfach mal Wurzel 72. Was man an dieser Stelle noch braucht, ist natürlich dieses Skalarprodukt der beiden Vektoren. Das rechne ich auch jetzt kurz an der Seite aus. Also, wir haben dann BA mal BC. Und das ist dann entsprechend minus 6, minus 3 und minus 6 mal minus 2, 2 und minus 8. So, dann haben wir 12, dann minus 3 mal 2 sind minus 6 und minus 6 mal minus 8 sind plus 48. Zusammengefasst ergibt das Ganze 54. Okay, jetzt haben wir alles, was wir brauchen, um den Winkel auszurechnen. Also, Cosinus von Beta ist dann entsprechend 54 durch 9 mal Wurzel 72. Und wir erwarten mal wieder einen Spitzerwinkel, weil Skalarprodukt positiv ist. Wenn wir das Ganze in Taschenrechner eintippen, kommt ziemlich genau 45 Grad raus. Also, wir haben Alpha und Beta und natürlich können wir jetzt über die Winkelsumme noch Gamma bestimmen. Zur Erinnerung, Winkelsumme in einem Dreieck trägt natürlich 180 Grad. Also können wir dann sagen, Gamma sind dann 180 Grad. Minus Alpha, also minus 63,4 Grad und minus Beta, minus 45 Grad. Wenn man das Ganze dann im Taschenrechner eintippt, kommen dann 71,6 Grad raus. Also, die einzige Falle, die auf euch an dieser Stelle lauert, ist, dass ihr bei der Winkelberechnung, bei der Innenwinkelberechnung, die falschen Vektoren wählt. Also ihr müsst immer von der Spitze des Winkels weggehen mit den Vektoren. In Verbindung mit der Winkelberechnung spielt natürlich die Winkelsumme bei verschiedenen Vielecken eine sehr wichtige Rolle. Man kann dadurch halt Rechnungen stark abkürzen. Deshalb, kurze Gedankenübungen noch zu dieser Winkelsumme. Wie wir bereits herausgefunden haben oder uns erinnert haben, die Winkelsumme eines Dreiecks beträgt immer 180 Grad. Dann bei einem Viereck sind das natürlich 360 Grad, also einfach nur 180 Grad dazu. Und nach dem gleichen Prinzip geht es eigentlich auch weiter. Mit jeder Ecke, die dazu kommt, vergrößert sich die Gesamtwinkelsumme um genau 180 Grad. Deshalb bei Fünfeck 540, Sechseck 720 und so weiter. Ich denke mir, das Prinzip ist hier zu verstanden. Allerdings will ich jetzt zum Schluss noch eine sehr kurze Aufgabe mit euch anschauen, wo alles ein bisschen anders ist. Also, schauen wir uns mal an, um was es eigentlich geht. Die Punkte A, B, C und D sind die Eckpunkte eines Vierecks. Berechnen Sie die Innenwinkel des Vierecks. Zugegeben, die Aufgabe wäre nicht so kurz, wenn ich nicht schon alles vorgerechnet hätte. Aber hier geht es nicht um die Rechnung, sondern um den Anwendungsfall. Selbstverständlich kann man sich das Ganze auch hier als Planskizze vorstellen. Das wären jetzt A, B, C und D. Und alle diese Winkel wollen wir bestimmen. Ich habe mir jetzt die Mühe gemacht, jeden Winkel einzeln auszurechnen. Also, für den Winkel Alpha habe ich die Vektoren AB und AD gebraucht. Dann kam ein Winkel von 39,5 Grad raus. Beim Beta habe ich BA und BC gewählt, 45 Grad entsprechend. Dann für Delta habe ich CB und CD genommen. Da kam ein Winkel von 31,4 Grad raus. Und die Überraschung bei Gamma, da habe ich natürlich die richtigen Vektoren genommen, DA und DC, aber da kam ein Winkel von 42,4 aus. Auch schon beim ersten Blick auf diese Winkelgrößen sollte eigentlich klar sein, dass es niemals 360 Grad rauskommt. Genauer zu sein waren es 158,3 Grad, wo ich alles zusammengezählt habe. An was könnte das liegen? Kleiner Hinweis an meine Rechenkünste wahrscheinlich nicht. Auch wenn ich mich irgendwo vertippt habe, hier zwischendurch, trotzdem kämen nicht 360 Grad raus. Die Erklärung dafür ist allerdings leichter als man denkt. Diese Winkelsumme in verschiedenen Vielecke gilt nur dann, wenn wir ebene Figuren haben. Das heißt, alle Eckpunkte der Figur müssen in einer Ebene liegen. Natürlich kann es vorkommen bei der Vektorgeometrie, dass zum Beispiel die Punkte A, B und C eine Ebene festlegen oder in einer Ebene liegen, aber dafür der Punkt D nicht. Also, ihr habt sozusagen eine abgeknickte Figur und aus diesem Grund gilt auch nicht mehr die Winkelsumme. Also, ganz einfach, hier stimmt die Winkelsumme nicht, weil die vier Punkte nicht in einer Ebene liegen. Das kann natürlich bei drei Punkten nicht passieren. Drei Punkte legen meistens eine Ebene fest. Zum Schluss noch ein paar kleine Hinweise. Wie ihr bereits gesehen habt, kann es bei dem Winkel zwischen zwei Vektoren sich um einen spitzer, einen stumpfer oder einen rechter Winkel handeln. Dann aufpassen mit dem Anwendungsfall, was wir jetzt gerade mit der Winkelsumme am Ende besprochen haben. Und sehr wichtig, wir unterscheiden zwischen der allgemeinen Winkelberechnung, also das, was wir jetzt in diesem Tutorial besprochen haben, und die Berechnung der Schnittwinkel. Die Winkel zwischen zwei Geraden, zwei Ebenen oder Gerade und Ebene. Wenn Bedarf, Tutorial dazu findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts.